Und weiter geht's bei allen Teilnehmern, denn wollen wir mal schauen, was wir in der nächsten halben Stunde alles so reisen werden. Gut, erster Punkt des Tages, wir bauen Schwertis. Woran hapert's? Kohle. Mhm. Was sowas ausschaut, wird da jetzt ordentlich Wasser runtertransportiert. In dem Lager wird auch Wasser eingelagert. Die Bäckereien haben jetzt mehr oder weniger Wasser. Sehr schön. Das heißt, soweit ist einmal gut. Braucht man im Endeffekt nur Siedler und dann läuft die ganze Sache. So. Und das ist mal geklärt, was machen meine Pioniere? Ein großes Weltbewegnis? Nichts ist die Antwort. Okay. Wie geht's dem Mapper-Team? Wapf, wer ist da runtergefallen? Ignoranz? Ja. Okay. Der Knick da hinten ist merkwürdig. Und so schaut's da rein aus. Nein, die Ignoranz ist an die Polizei gestoßen. Und warum ist da auf einmal ein Kampfgeräusch? Man weiß es nicht. Aber schon einmal gut. Die haben sich da schon einmal ein Kampf geliefert. Das ist gut für uns. Das Mapper-Team verliert nach wie vor Soldaten. Das ist eher schlecht. Sagen wir es einmal so. Mhm. Was auch nicht. Warum bauen die keine Wohnhäuser? Vielleicht kennen wir uns jetzt tatsächlich. Ne. Also vielleicht kann das Mapper-Team tatsächlich keine Wohnhäuser bauen. Der Grüne auf jeden Fall. Der ist Waffen-Tabix. Der hat auch genug Ressourcen. Ja. Die Kaserne von ihm. Schaut eigentlich auch gut aus. Ja. Ist ein Schwert da, sehe ich. Goldbarren. Was will man mehr? Gut. Wir selbst. Da mache ich ja nicht so die großen Probleme der Zeit. Alles was fehlt ist, ist ein bisschen Kohle. Aber das kann man zusammen. Na bitte. Da sind hier schon sechs Schwertis. Und da sehe ich Kohle bei der... Bei den, äh... Kohle-Minen. Aha. Da wollen wir es anscheinend ganz genau wissen. Hm. Ich muss ein bisschen zurückziehen lassen, da. Bei, äh... Er möchte nicht unbedingt einen großen Angriff vom Galben triggern, ohne dass das wirklich nötig ist. Er will den Turm da auch einnehmen. Er ist Gold. Also, vor Ort wieder abreißen. Geht da hinten nochmal. Arzabburgen. Und das kriegen wir jetzt, das kriegen wir drei fast komplett toten, ähm... Wie heißt's, äh... Na? Sch, ähm... Mit drei toten Schwertis. Was wir mal zusammen kriegen, ist... Ähm... Ah, und zwar... Normale Sanitäter, die wir da oben hinschicken können. Was wir da noch was bringen in der Gelbe. Geht nach, wir vorunter. Fetzt allerdings die Ignoranz komplett zusammen. Grün ist jetzt auch wieder in Kampf kommen. Aha. Der kämpft sich gegen die Bundesregierung an Ober. Mhm. Wo der hinscherst... Aha, da sind wahrscheinlich wieder Gegnertruppen rein. Auch gut. Ja, wenn der die Ignoranz wegfüllt, äh... Könnte das ja eigentlich sogar reichen. Zu weit. Wird das so viel Schwert rumliegen. So, das sind die fünf... Sanitäter, die schicken wir mal da rauf. Vielleicht noch Wachtraum hinstellen. Nein, geht sich nicht aus. War ja so schlimm. Schau, da hätten wir noch... ...ne kleine, nette Bucht, wo man Fische fangen könnte. Schaut's bei denen aus. Die finden aber schon noch Steine her. Noch. Gut. Holzmäßig haben wir auch genug. Die Wohnhäuser, da sind alle mehr oder weniger fertig. Mhm. Das heißt, im Endeffekt brauchen wir ja nur... ...mehr... ...Soldaten. Wann dann noch ob sie auffristen. Schauen wir mal. Die haben... ...was ist das Ressourcen auffrischen? Ja, perfekt. Das heißt, den schicken wir mal da hin. Schaut's aus, ja. Schaut eigentlich ganz gut aus alles. Perfekt. Was will man mehr? Na ja, manchmal werden... Man will natürlich mehr Soldaten, aber... ...das braucht noch ein bisschen. Noch mal ein bisschen Zeit überspringen. Schau, zwölf wieder Minuten nachher. Zwanzig. Das haben wir jetzt ochtzehn der Minute gemacht. Mhm. Meine Pionierer sind da sehr... ...selbstmörderisch unterwegs. Mhm. Dass jetzt alle überstehen... ...grenzt das an der Wunder, aber... ...tatsächlich. Ich scheine das jetzt gut wegzustecken. Könnt man eigentlich tatsächlich einfach mal die Galben angreifen, also die Polizei. Dann schicken wir jetzt rauf... ...zwar da oben in die Ecke hin. Mal da diese zwei Türme da wegkreisen. Da hinten sind nach wie vor sehr viele Schwerter drin. Die sollte man dann auch irgendwo nochmal holen noch. Hm. Das ist eine merkwürdige Grenze, aber der hat da einen Turm gebaut, ja. Deswegen... ...dass jetzt überreißen, weil sonst mal hier nochmal ein eigenes Land. Was ist das für eine Armee? Das ist der Grüne. Greift da hinten an. Auch gut. Macht es jetzt einmal schön unter euch aus. Ich schnapp mir währenddessen die Polizei. Schau. Und da geht es jetzt wirklich voran. Der Produktion. Das ist gut. Moment, damit man es erwischt. Aha. Da stehen noch an zwei Kasernen. Das ist... Wie war es denn jetzt so rechts? Einfach mal die Burg und dann fliegt die Kasernen weg. Aber so wie es ausschaut, sind wir jetzt einmal gut... ...herein gekommen. Aha. Da sind einige Verteidigungsgruppen bei der Burg. Das ist eher weniger gut. Jetzt hast du sieben Bogenschützen dabei. Aber warum die reichen werden? Hm. 16 Schwert jetzt noch. Achso, die greifen dabei gerade nicht wirklich mal direkt die Burg an. Okay. Schaut auch soweit eigentlich ganz gut aus. Ja genau, lasst die bloß nicht noch in die Burg wieder rein. Ja, drei Leute noch in der Burg. Zwei. Der letzte... Geschafft. So, damit hätte ich einen Brückenkopf errichtet. Awesome. Sehr gut. Dann werden wir mal diese Verteidigungstruppen... ...mal Dopsleiter her schicken. Beziehungsweise könnten wir die ja eigentlich... Was macht der denn da? Aha. Da, Measto, gibt sich jetzt das volle Programm. Fegt sich quer durch die Karte, greift da hinten an. Aha. Unterstützt vielleicht das Mapper-Team. Ja, tatsächlich. Wollten ja Wohnhaus gebaut. Das gibt's ja nicht. Da, da ist so viel Platz. Ja, da ist der Wohnhaus gestanden. Sehr schön. Könnte man da ja wieder was errichten. Schaut auch, dass man den Verbündeten keine... Was sind taktischen Befehle dazu geben kann. Das war halt echt cool bei dem Spiel. Aber man kann ja nicht alles haben. Oh, aber was man überhaupt kann, sind wieder 20 Schwertis. Wir legen's mal da hin. Aber mal weiter einnehmen. Oh ja, die Polizei ist im Kampf gegen mich verloren. Die Neonazis werden von... Ja, ist da zusammengerissen. Super ist das. Er findet keine Barmer mehr. Ja, gut, dann lass es sein. Dann haben wir noch 15 Pioniere. Wahnsinn, die haben das alle überlebt. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. So, aber... Ich schau dir mal da runter. So. Wollen wir mal den Turm da angreifen. Eternity. Hm. Sind da zwölfe dabei, ne? Macht's ja mal da oben so am Turm. So, die war schloppen da zur Burg dazu. Sehr gut. Ah, ein kleines Blänkel. Das kriegen wir mal locker hin. Ja, ohne Probleme sogar. Hm. Hm. Der große Haufen von Soldaten da. Aber gut, die kämpfen sich jetzt da ein bisschen nach oben weiter. Ich muss ganz ehrlich zugeben, im Endeffekt versuche ich ja nur mit der Bogenschütze da zu reduzieren. Ist zwar nicht ganz freundlich, aber... Wurscht. Funktioniert, im Endeffekt brauche ich sie eh nicht, weil verteidigen muss ich da jetzt eh nichts mehr Großes. Brauche ich nur groß angreifen. Nur. Oh, und die Produktion mit den Schwertes geht da eigentlich ganz gut voran. Ich muss sich gar nicht über irgendwas beklagen. Ja, die versuchen sich da ihre Burg zurückzuholen, aber das wird nix werden. Ein Satz mit X, das wird nix. Das ist weg. Warum ignoriert ihr das, dass ihr da entspannt angegriffen werdet? Wir haben noch mehr Schwerter. Wir haben jetzt zwischen 370 Schwerter. Ah, nicht schlecht. Fehlen aber die doppelte Anzahl an Gold. Oder Gold haben wir einen Barren. Wahnsinn. Fehlt ja tatsächlich die Kohle, oder wie? Wer ist da? Tu mal gut. Und? So. Hat da mal die Ressourcen aufgefrischt. Mhm. Aber eigentlich, also, sie bemühen sich eh. Also, man kann nicht behaupten, dass sie da nicht ordentlich Kohle raushauen werden, die Kollegen. Aber, mhm. Gut. Zumindest könnten wir die Waffenschmiede mal anhalten. Und die zweite dann auch noch. Ja, die brauchen wir daweil eigentlich nicht geschwert haben, aber wirklich genug. Das ist immer mehr Kohle für die Goldproduktion. So. Der Turm ist auch gefallen. Da fliegt die ganze Industrie gerade von der Polizei. Das ist gut. Ah, der hat sich da drüber gearbeitet. Mhm. Okay, das Kohle, den kriege ich nicht. Ah. Ja, doch, das kriege ich. Na komm. Wer hat den Geld grünen ab? Scheiben. Okay. Die Kohle vorkommen, kriege ich nicht. Weil die da wegkriegen. Mir draus ihm nicht ganz zu, dass er die Burgen wegdreißt. Mhm. Das wäre zu gut. Ah, da oben schau doch mal. Ah, wieder. Okay, wir schätzen mal die ganze Linie darüber. Bis dort zu dem Turm. Ja. Boah, der Meer ist durch. Ja, hey, cool. Wir sind jetzt zwar stärkst Mächte jetzt. Das Mapper-Team gibt sich Mühe. Aber da oben. Scheint wohl eine Stagnation. Einzusetzen. Mal wieder einfach mal da weiter einnehmen. Mehrkündige. Turmreihe da. Jetzt haben wir alle weiter da. Sieben Schwertes haben wir noch. Haben wir da oben noch Schwertes? Nein, das sind alle gefallen. Okay. Dialogen. Das war auf dem Berg. Da ist Kohle gewesen. 35 Schwertes. Sehr gut. Nächsten 100er-Trupp werden wir dann losziehen. Wir den Rest von der Polizei holen. Interessiert mich irgendwie, was die da oben machen. Ganz ehrlich. Der Turm haben wir auch. Aha. Um scheint vielleicht Kohle zu sein. Seit 30 Minuten nicht mehr gespeichert. Das ist ja... Toll. Fragezeichen. Gut. Das hätten wir geschafft. Da ist Stein gewesen. Okay. Na Gott. Muss man die da mal stehen. Das sind so... Das sind so Ressourcentaschen, aber ansonsten. Also so Erztaschen, aber ansonsten sind was da drinnen ist. Gut. 47 Schwertes. Auf geht's. Kämpft es da mal brav rein. Ich würde währenddessen mit der großen Armee da hinten einfach alles wegmähen. Das obwohl da mal vier Schwertkämpfer übrig sind. Die große und besiegbare Armee. Ja, ja. Ja, die Wasser... Diese Wasserlinie funktioniert. Die kämpfen sich ja noch mal mit den Schwertern. Ja, das geht wirklich schön brav aufwärts, ja. Okay, das Wohnhaus ist vorher Gott fertig geworden. Ich stehe. Du kannst da mal wieder einige Häuser abreißen. So. Das auch noch. Sehr gut. Und dann bauen wir wieder neu auf. Oh, die Straßen sind ja eh praktisch. Da können wir die Wohnhäuser hinbauen. Sie sind ja nicht einmal großartig im Weg. Jetzt hat schon was. So. Ah, da wird der Weiß auch noch angegriffen. Also die Ignoranz. Bei... Ja doch, das ist die Ignoranz da oben, ja. Hm. Ah, sehr schön. Wir haben die Burg eingenommen. Dann gehen wir gleich ans weiter. Nehmen wir die nächste Burg ein. Boah, da sind 10er draufgekommen, ja. Burgen einnehmen ist eine teure Sache. Vor allem was Ressourcen angeht. Es läppert sich überhaupt nicht schön zusammen. Das ist... Nicht schön. Zumindest haben wir da mal alles eingenommen. Sehr gut. Wieder weit drauf. 28 Schwertis wieder. Ja, da geht's richtig ab. Schaut soweit sehr gut aus. Ja. Und die Burg wird auch fallen, komm. Boah, wir haben ein Bogenschützen dabei. Und... Zack. Burg ist weg. Nächste Burg gesichtet. Das ist ja super. Haben wir da mal... Das Schwertis noch schicken. So, zu dem Turm da. So, 19 haben wir noch. Sollte aber reichen. Ich wollte da eigentlich... Wenigstens zumindest eine Kohle-Mine noch hinsetzen. Ja, weil... Gut, Kohle haben wir jetzt wieder genug. Jetzt fehlt wieder das Golderz. Ah, super. Okay. Wo ist da der Priester hin? Also. Okay, dann setzen wir Ressourcen nach, bitte. Sehr schön. Und da wird schon nachgesetzt. Warte mal, geht das eigentlich instant? Egal wie. Jetzt haben wir da wieder mehr Goldproduktion. Schau's an. Der hat den perfekten Turm erwischt. Das ist Gold und Kohle gewesen. Kohle haben wir jetzt genug. Jetzt mangelt es wieder an Gold. War ja klar. Ähm, ja. Hm. Mal das Ding auch mal abreißen. Schauen wir mal da hin. Die Burg haben wir auch eingenommen. Jetzt weiter zur nächsten Burg. Praktisch. Aha. Mal da aufmarschieren. Sehr gut. Das ist auch eingenommen. Nächster Turm. Schaut da die Burg aus. 35 Hammer. Sollte sich rausgehen. Das Ding haben wir auch eingenommen. Sehr gut. Das Ding haben wir auch eingenommen. Dann gehen wir einfach... Oh, Goldbarren. Sehr gut. Das freut mich zu sehen. Das ist ja traumhaft, wenn da da oben Goldbarren rumliegen. Ehrlich. Ja. Ich da mit. Und den großen Turm. Und dann haben wir die Goldbarren. Sehr gut. Hm. Darum hast du natürlich das Schwertes verloren. Das ist weniger gut. Ha. Und jetzt haben wir... 150 Goldbarren. Ja. Sehr schön. So. Dann nehmen wir alles ein. Aber ich glaube, die Polizei kann man jetzt als besiegt... Ähm... ...hinstellen. Die hat es ziemlich gut hinter sich, ja. Soll Gold eingelagert werden. Sehr gut. Da tun wir mal aufhören, Wasser einzulagern. Soldaten. Wasch jetzt da halt einmal ein Meter weiter. Kein Wasser wollen wir da mehr haben. Sondern nur noch Goldbarren. So. Jetzt alle mal los. Gold holen. Ähm... Abgesehen davon. Das Ding haben wir auch eingenommen. Sehr gut. Das sind viele Bogenschützen. Okay. Können wir Bogenschützen hinstellen. Da stören sie am wenigsten. Mhm. Ja, geil. Wir baut da tatsächlich noch ein... Äh... ...ein Holzfäller. Okay. Ist nicht meint, aber kann man jetzt vergessen. So. Das hat erstmal geklärt. Wäre die Polizei besiegt. Wenn wir einfach gerade aus weiter nach oben gehen. Die Jungs werden wir da auch hochschicken. Und die Jungs werden wir da auch hochschicken. Und dann warten alle hoch. Ah, und die Geologen von uns. Die können wir jetzt auch da noch hochschicken. Sehr gut. Schaut das aus. Gut, gut, gut. Und die Fetzen da keine... Goldbahn herholen. Ist mir ein Rätsel. Aber die werden schon ihre Gründe haben. Ja, bestimmt. Okay. Boah, die Polizei ist besiegt. Sehr gut. Alle Teilnehmer damals. Abspeichern. Aber ich denke, die... Die Ignoranz, die wird es auch nicht mal long tun. Das kann man nicht ignorieren. So. Jawoll. Dann marschieren wir herauf. Ich würde das da völlig tiefenentspannt einnehmen. Hm, da sind zwar Gold vorkommen, aber auch nicht die ganz großen, die man sich ja gehofft hat. Hm, schaut gut aus. Ja, die Ignoranz bekommt ordentlich eins drüber. Was ist da aus? Wieder 7,30. Schaut sehr gut aus. Ah, der Miasto kämpft sich an, aber... Oh, der wird nicht mehr so viele Truppen haben. Ja, der rennt jetzt aus Truppen aus. Der sollte noch wieder mal aufstocken anfangen. Ah, was tut er eh, oder? Wahrscheinlich wieder Sealer raus. Ja, und du bist unfähig Häuser zu bauen, mangelnds Bauplatz. Und das, obwohl du da ja Bauplatz hättest, du. Oh, naja. Was soll's. Muss der Papa halt selbst machen. So, das schaut gleich aus. Fast wieder 50 Schwertis. Die schicken wir mal. Ich würde sagen, die schicken wir. Wo schicken wir die hin? Darunter. Zu den Burgen. Als Verstärkung. Oh, da oben ist... Da oben sind die Neonazis. Aha. Wird die auch gefunden. Die Hochburg der Ignoranz. Die wird jetzt ganz entspannend fallen. Muss gar Hochburg sein, dort eine normale Burg A, aber die wird trotzdem fallen. Ist das so, dass jetzt da die Ignoranz die Nazis beschützt hat? Wenn ja, super umgesetzt. Okay. Ja, aber das haben wir jetzt sehr säubern durchgefahren. Ja, ohne große Probleme haben wir das gemacht, würde ich sagen. Und die eigentlich auch schon besiegt werden. Was ist da noch? Ich glaube, da ist ein roter Fleck. Da sind viele Esel. Allerdings keiner von uns. 16. Da sind auch noch ein Anzahl Siedler unterwegs. Da sind Goldbarren drunter. So. Sehr gut. Schaut's da aus. Auch gut. Ach, schau. Spieler Ignoranz wurde besiegt. Außer, das liest man gerne. Dann kämpfen wir uns nochmal da rauf. Neonazis werden wir vielleicht mit der Armee nicht besiegen, weil das sind doch ein bisschen wenig. Aber naja. Mal schauen. Und jetzt die Armee von denen her. Wenn man mich trotzdem will diese Mauer nach oben noch einnehmen. Da gucken wir schon wieder Soldaten nach. Das ist gut. Also, jetzt brauchen wir uns also keine Sorgen machen, was das angeht. Aha. Die Truppen da wurden mehr oder weniger besiegt. Das ist auch schön. Gehen wir mal weiter. Turm after Turm. Fallen die da, ja. Sehr gut. Da oben haben wir auch gekriegt. Jawoll. Das ist super. Das geht ja wie am Schneechen da. Mhm. Mal den mal da hinschicken. Also Hauptbahn vorm Turm. Können wir also nicht abreißen. Mal wenn ich es versucht habe. Der Blaue ist wer? Der Blaue ist die Bundesregierung. Aha. Die ist da hinten drin gesteckt. Sie hat Schweine, Wasser und ordentlich zum Saufen. Ich hätte generell früher oder so heißen, würde ich sagen. Die Bundesregierung. Aber okay. So. Jetzt können wir den Turm auch abreißen. Sehr gut. Schaut es da aus. So sind wir unterwegs. Jawoll. 22 Soldaten haben wir noch. Gut. Da wären jetzt halt Ansarsanitäter praktisch gewesen. Aber, naja. Ansarsanitäter. So. Die stellen wir mal da hin alle. Schaut es da aus. 19er haben wir noch. Stehen schon wieder Verteidigungstruppen von den Neonazis rum. Das ist ja toll. Hilft es ja dann aber irgendwie nicht, weil. Na, hilft es ja dann doch. Ich kriege zu ernsthaft Türme noch weg, aber. Wird nicht mal reichen, glaube ich, um da alle Türme wegzureißen. Oh, wie schaut es da unten aus? 24 kann man nur noch. Oh jejeje. Der Turm weg. Der Turm weg. Der Turm weg. Okay, das waren zu wenig Truppen. Drei große Türme haben wir weggegriffen. So, dann müssen wir jetzt auf die 50 Soldaten warten. So, dann nach oben die großen Türme. Jawoll. Und weg ist der Turm. Sehr schön. Mhm. Wir arbeiten uns oben sehr erfolgreich durch, muss ich sagen. Aha, die Burg haben wir eingenommen. Das heißt, schicken wir mal die anderen Truppen da her. Schaut's aus da. Das sind definitiv diejenigen mit dem Oberwasser. Aha, noch mehr Schwerter für uns. Das ist ja super. Aha, da marschieren weitere Leute. Da drauf, okay. Ich kann die Jungs mal da runter. Da die Türme weiter einnehmen. Und auf die Mauer da. Ah, okay. Das sind einige Türme da noch. Manna und so ein Zeug haben wir da auch noch stehen. Bei uns da Verbündeten haben sich super geschlagen, muss ich sagen. Also, die waren wirklich praktisch. Wapperteam hat sich eigentlich auch gut geschlagen. Ist dann halt ein bisschen zu blöd fürs Haus bauen. Na, schau. Ich meckere über das Wapperteam, aber... Man muss nur meckern. Wo haben die jetzt das Haus stehen? Verdammte Axt. Wo habt ihr die Häuser stehen? Wo habt ihr die Häuser stehen? Das muss man erlebt haben, dass die noch Häuser bauen. Wo habt ihr die Häuser stehen? Der Hammer. Der Hammer. Aber wo? Da vielleicht. Da steht ein großes Haus. Super Aktion, Lux. Okay. Ja, wie schaut's aus? Haben die überhaupt noch Truppen? Und wenn ja, wie viele? Ja, Platz ist zwei. Tatsache, da sind zwei Türme von denen, okay. Das hat ein Turm, der nicht zur Bundesregierung gehört. Das ist jetzt meiner, so. Oder der noch zur Bundesregierung gehört. Okay. Sie haben verloren. Warum haben wir verloren? Der Fock. Vor einer halben Stunde gespe... Was? Warum haben wir verloren? Hä? Der Hell? Wir haben verloren. Haben wir ein Zeitlimit verpasst, oder? Hä? Warum haben wir verloren? Sie sind aus dem Spiel ausgestiegen, oder sowas? Aha. Na gut, ähm... Äh... Beim nächsten Teil, dann vom letzten Speicherstund, äh, weiter. Und vielleicht verlieren wir dann nicht mehr. Na gut. Bis, äh, zum nächsten Teil, Leute. Servus! Du bist. ヤ